Hallo liebe Holstein-Fans! In unserer dritten IKK Nordhome-Challenge müsst ihr zuerst einen Ball und dann eine Toilettenpapierrolle in einen Eimer lupfen. Der Eimer steht in drei Metern Entfernung, bitte nicht schummeln, und ihr habt jeweils drei Versuche. Sali Oetchan und Philipp Sander zeigen euch, wie das aussehen könnte. Das war's für heute. Sander, das war ein Handsprick. Wie viele schaffst du? Wie viele schaffst du? Ja, liebe Störche-Fans, ich muss gestehen, ich bin schwer enttäuscht von mir selbst. Sah einfach aus, war es letztendlich nichts. Ihr könnt das auch selbst mal ausprobieren, vielleicht kriegt ihr es ja besser hin, habt mehr Glück. Ich war heute mit meinem rechten Fuß nicht so zufrieden, aber nicht gelogen Besserung. Und ja, hat trotzdem viel Spaß gemacht und liebe Grüße. Na, wie viele Treffer könnt ihr erlangen? Poste deinen Versuch unter dem Hashtag Holstein Heimspiel. Wir sind gespannt, wie eure Code aussieht.